Hi, willkommen zu diesem Mini-Vlog. In diesem Vlog habe ich was Kleines gezeichnet. Das werdet ihr auf jeden Fall auch gleich sehen. Hier könnt ihr es schon mal sehen. Und hier das komplette Bild. Ich finde es persönlich eigentlich sehr schön. Ich zeige euch jetzt auch mal eine andere Bilder. Ich habe einmal das gezeichnet. Und jetzt kommt das Highlight. Und zwar eine Lippe. Ich bin so stolz drauf. Wie findet ihr die Sachen? Leider hat die Sonne nicht mehr gescheint. Dann wäre ich in Tower of Hell reingegangen und habe es einfach ein bisschen gespielt. Dann irgendwie fand ich es zu blöd und bin in Murder Mystery gegangen. Ja, dann war ich dann halt in Murder Mystery. Ich habe mir ein paar Trades angeschaut. Und ja, habe einfach eine Runde gespielt. Ich wurde in der ersten Runde auch gleich Mörder. Und ja, ihr seht dann auch gleich die Runde, wo ich halt Mörder bin. Und genau. Genau, jetzt werde ich auch schon reingeladen und bin Mörder geworden. Tut mir leid, wenn das etwas zu schnell ist. Auf jeden Fall sage ich mal so, dass ich diese Runde auch gewonnen habe. Ich habe auch ein paar Mal Ghosts eingesetzt. Also nicht wundern, wenn ich für ein paar Sekunden unsichtbar bin. Ein kleiner Snack kann nicht schaden. Ich liebe es. Ich probiere jetzt ein schönes Auge zu zeichnen. Wie findet ihr es? Ich finde, es ist sehr gelungen. Ich wollte mich noch entschuldigen, dass ich zurzeit echt wenige Videos mache. Ich werde jetzt ab und an mal ein kleines Kurzvideo machen und auch wieder probieren, mehr längere Videos zu machen. Aber wenn ich gerade nicht motiviert bin, kommt dann wahrscheinlich ein Kurzvideo. Ich hoffe, ihr freut euch und ich hoffe, dass ihr dann trotzdem Spaß beim Anschauen habt. Auch wenn es nicht so lange geht. Aber ja. An dieser Stelle würde ich diesen mini, mini, mini Vlog schon beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye.